Die Firma Titzl ist ein österreichischer Familienbetrieb mit Sitz in Wien mit einer über 80-jährigen Geschichte. Titzl wurde 1938 durch Bertha und Alfred Titzl im 6. Miner Gemeindebezirk gegründet. Mein Name ist Oliver Ferner-Brandner und ich bin im Haus für Vertrieb und Marketing verantwortlich. Unser Unternehmen ist immer noch im Eigentum der Familie. Heute gehört es dem Schwiegersohn von Alfred Titzl, Herrn Dr. Ernst Böcksteiner zu 25 Prozent und dessen Sohn Dr. Michael Böcksteiner zu 75 Prozent. Mit unseren rund 350 Mitarbeitern erwirtschaften wir ca. 70 Millionen Euro Umsatz. Wir betreiben heute drei Produktionsstandorte. Einen hier im 11. Wiener Gemeindebezirk, einen unweit von Wien weg in Bezinog-Slowakei und einen in Dongguan, China. In China produzieren wir die britischen Standardprodukte für den Markt in Hongkong, Australien und in England. Wir produzieren eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte aus Kunststoff und Metall für den Elektrotechniker. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf Kunststoff-Elektorrohr in starrer und flexibler Ausführung. Wir produzieren nicht nur das benötige Zubehör für diese Produkte, wie etwa die Krallmuffe oder Unterputzdosen, sondern zum Beispiel auch Potenzialausgleichsschänen bis hin zum Baustromverteiler. Als Familienbetrieb sind wir stolz darauf, auf jahrzehntelange Kooperation mit unseren Kunden und Lieferanten zurückblicken zu können. Dies war ein kurzer Einblick in unser Unternehmen und ich verabschiede mich mit einem Servus aus Wien.